Stellen Sie sich vor, wir haben das Jahr 1990 und Sie sitzen in einem Flugzeug. Was Sie sehen, sind Menschen, die rauchen. Jene Menschen, die einen Ehering haben, sind zu einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bald wieder geschieden. Die Lebenserwartung der Menschen um Sie herum ist bei knapp 75 Prozent. Und was Sie in Ihren Taschen haben, das ist ein Adressbuch. Heute haben wir Smartphones, können 83 Jahre werden und lassen uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent auch wieder scheiden. In der Megatrend-Dokumentation fassen wir die elf zentralen Megatrends unserer Zeit zusammen. Wir beschreiben diese in Essays, wir zeigen Infografiken, die komplexe Zusammenhänge einfach und anschaulich machen. Wir liefern jede Menge Daten, Zahlen und Hintergründe, die den Wandel belegen, die aber vor allem zeigen, wie Unternehmen mit diesem Wandel interagieren und umgehen können. Als zentrales Tool liegt dieser Dokumentation auch die Megatrend Map bei. In Form einer U-Bahn-Karte werden die elf Megatrends gezeigt. In der Tiefe wird durch die Phänomene, die diesen Megatrend ausmachen, erläutert und in der Vernetzung mit anderen Megatrends deutlich gemacht. Denn diese Vernetzung ist es, die Interaktion ist es, die es zu verstehen gilt, will man sich mit den großen Herausforderungen, mit den großen Trends unserer Zeit intensiv beschäftigen.